Nummer 5. Das Benji K9 ist zweifellos eines der besten Diktiergeräte auf dem Markt, vor allem für Studenten und Konferenzteilnehmer. Obwohl es sich um ein günstiges Modell handelt, bietet es eine hochwertige Leistung und eine Reihe von Funktionen, die es sehr praktisch machen. Eines der interessantesten Merkmale dieses Rekorders ist die Möglichkeit, Aufnahmen mit einer einzigen Taste zu starten und zu speichern. Drücken Sie einfach die Taste, um die Aufnahme zu starten, und sobald die Taste losgelassen wird, wird die Aufnahme automatisch gespeichert. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Der W4 V52 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen hochwertigen tragbaren Rekorder zu einem günstigen Preis suchen. Mit seinem internen Speicher von 64 GB bietet er reichlich Aufnahmekapazität, ideal für alle, die häufig Konferenzen, Vorträge oder Meetings aufzeichnen. Eines der attraktivsten Merkmale dieses Geräts ist sein schlankes und kompaktes Design. Mit seinen Abmessungen von nur 9,5 x 3,8 x 1 cm und einem Gewicht von nur 80 Gramm ist es extrem leicht und lässt sich einfach überall hin mitnehmen. Egal, ob Sie Student, Journalist oder Berufstätiger sind, Sie werden seine Tragbarkeit und Bequemlichkeit sicher zu schätzen wissen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Der Olympus WS 853 ist ein professionelles Diktiergerät, ideal für Studenten. Mit seinem vereinfachten Menü und seiner hervorragenden Akkulaufzeit bietet dieses Gerät ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinem 1,61 Zoll LCD-Display kann der Benutzer die Art des Menüs entsprechend seiner Erfahrung mit Diktiergeräten auswählen. Der einfache Modus zeigt nur die wesentlichen Informationen an und vereinfacht die Nutzung mit vorringestellten Aufnahmeszenen wie Meeting, Konferenz, Diktat, Spracherkennung, Telefonaufnahme und Vervielfältigung. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Der Tascam Dr. 05X ist aufgrund seiner unglaublichen Vielseitigkeit Zweifelzone der beste Voice-Recorder auf dem Markt. Egal, ob Sie Musiker, Podcaster oder professioneller Sprecher sind, dieser Rekorder bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um hochwertige Audioaufnahmen einfach und effizient zu erstellen. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften ist seine Fähigkeit, als USB-Mikrofon zu fungieren, das an jeden PC angeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass Sie es bequem mit Ihrem Computer verwenden können, um Aufnahmen im Studio oder während kreativer Fernsitzungen zu machen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Das Sony ICD-TX660 ist ein professionelles Diktiergerät der Spitzenklasse, das sich durch seine praktische Handhabung und Vielseitigkeit auszeichnet. Dank seiner kompakten Größe ist es ideal für alle, die mittlere bis lange Aufnahmen diskret und ohne sperrige Geräte machen müssen. Dank des praktischen Clips auf der Rückseite lässt er sich leicht an einem Notizblock oder einer Jackentasche befestigen, sodass man während der Aufnahme problemlos Notizen machen kann. Einer der Vorteile dieses Rekorders ist die breite Palette der unterstützten Aufnahmeformate, darunter Linear-PCM, MP3, AAC, WMA und WAV. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.